So, herzlich willkommen beim Etik-Club-Radio und zwar eine kleine Sondersendung oder so ein Sonderinterview, nein, Interview nicht, Video, so ein Sondervideo, weil wir unseren Geburtstag feiern. Und zwar sind wir letztes Jahr am 11.04.2020 gestartet und das erste Jahr ging echt gut voran und deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt am 10.04., weil es auch wieder auf den Samstag fällt, praktisch reinzustreamen in unseren Geburtstag und da gibt es dann die 50. Ausgabe und nichtsdestotrotz, das haben wir jetzt schon öfter gemacht, wenn irgendwelche Sondersachen da sind, haben wir gesagt, so ein kleines Schmankerl an euch, an die ganzen Zuschauer, weil sonst wird es uns gar nicht so lange geben, werden wir wieder ein paar kleine Verlosungen machen. Als erstes gibt es so ein großes Fan-Package, nenne ich es jetzt einfach mal. Dafür müsst ihr dann hier in den Kommentaren einfach Stay Rave, also unser Motto im Prinzip, kommentieren und nochmal zwei Leute verlinken dazu, mit wem ihr gerne immer den Stream schaut oder wer vielleicht auch mal den Stream gucken sollte, eurer Meinung nach. Und da gibt es dann natürlich unter allen Leuten, die mitmachen, losen wir das Ganze dann auf. Jetzt am kommenden Samstag zu unserer Sendung machen wir natürlich wieder ein kleines Interview-Video und da werden wir dann den glücklichen Gewinner rauslosen. Da gibt es für dann eine schöne Etik-Club-Radio-Kaffeetasse, die hauen wir dazu raus. Dann packen wir da ein paar Feuerzeuge dabei mit unserem Logo, die sind wiederaufladbar, haben sogar ein kleines Licht, man sollte nicht reingucken. Und dann gibt es natürlich Aufkleber, sind eigentlich immer ganz beliebt, mit unserer Internetadresse, unserem Logo dabei und es wird, das sieht man jetzt wahrscheinlich, glaube ich, schlecht in der Kamera, ein paar Auto-Aufkleber geben, die man aufs Auto oder beziehungsweise in die Windschutzscheibe oder Heckscheibe kleben kann. Die haben wir extra gemacht. Unser Team fährt auch damit schon rum. Und als Zusatz legen wir noch ein, jetzt muss ich gucken, wie rum man es hält, ein Poster einer Roland TB303, weil das ja so der Asset-Synthesizer von früher war. Ja, hat unser Lichttechniker ein bisschen verschönert und extra ein Poster dementsprechend drucken lassen. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Jetzt sieht man mich natürlich nicht mehr. Das gibt es direkt unterschrieben von uns. Erstmal das große Ding wieder einpacken hier. Naja, auf jeden Fall, das gibt es, wie gesagt, einfach hier unter dem Beitrag auf Facebook eben zwei Leute verlinken und Stayrave drunter schreiben. Und dann losen wir das Ganze aus und der glückliche Gewinner, den kontaktieren wir dann wegen Adresse, dass wir die Sachen dementsprechend übergeben können. Des Weiteren wird es ein zweites Gewinnspiel geben. Und zwar solltet ihr dafür am Samstag natürlich unseren Stream verfolgen. Und gang und gäbe ist es immer, dass in dem Chat bei dem Stream die Leute reinschreiben, ja moin oder schönen guten Abend oder hallo, wie auch immer. Und wir möchten, dass ihr das ersetzt durch Stayrave. Und jeder, der Stayrave reinschreibt, kriegt auch erstmal ein Sticker-Package, das heißt Autoaufkleber und die normalen Aufkleber, plus die Feuerzeuge dazu. Und unter allen Einsendern verlosen wir auch zusätzlich nochmal eine weitere Ethic-Club-Radiotasse. Und also kommentiert bei YouTube oder auch bei Twitch dementsprechend mit Stayrave. Wie gesagt, sollte der erste Post von euch dann sein an dem Abend, schaut einfach zu. Und im Laufe des Streams werden wir das Ganze dann raushauen, beziehungsweise euch anschreiben, wegen Adressdaten und so weiter. Das klären wir dann über persönliche Nachricht. Das kriegen wir, denke ich, dann hin. Das wird ja nicht das große Problem sein. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auch. Wir haben ein paar Neuerungen, lichttechnisch und auch von der Kameraführung her und so weiter. Also da gibt es ein bisschen was Neues und auch Layout-technisch haben wir da uns ein bisschen was einfallen lassen. Und alles Weitere erzählen wir euch dann Samstag. Alles Gute, viel Glück und bleibt gesund. Stayrave!